Herzlich Willkommen liebe Leute zu einem neuen Video auf meinem YouTube Channel Game Accounts. Dies hier ist ein neues Format, nämlich das Format Channel News und in dem Format bringe es euch einfach aktuelle News von den vergangenen zwei Wochen und einfach gesagt, das Projekt kommt eben alles zwei Wochen und da bringe es aktuelle News rund um meinen YouTube Channel, was da so ansteht, kommt immer am ersten Montag im Monat und halt dann in der Mitte vom Monat nochmal. So, ja, wir haben ein paar aktuelle Themen zu bespressen, das ist das einzige Video, wo es ein bisschen gestriptet vorgehe, das werden nicht so lange Videos, weil ich da wirklich so ein paar Sachen sage, auf die ich dann zum Teil noch ein bisschen genauer eingehe, zum Teil nicht. Dient einfach dazu, damit hier paar aktuelle Informationen, ob man es Händel haben, haben ich mehrere Nämme gefragt. Deshalb jetzt hier dieses Projekt. Ja, Sache eins ist, ihr habt schon gesehen, ihr habt einen neuen Thumbnail-Stil, also beziehungsweise bevor es dazu anfängt erstmal, ich gehe zu Anfang immer auf so aktuelle Themen ein. Und ab dem Part oder nicht, aber ab dem nächsten Part, werdet ihr dann am Ende von dem Video immer auch auf Analytics eingehen. Und ich sehe gerade, muss meine Facecam versieben die nächste Runde, weil ich schon meinen Platz verdeckt. und wie gesagt, ab dem nächsten Part von Sending News werde ich auch auf Analytics eingehen, damit ihr da auch immer die aktuellen Daten habt. So, das erste Thema, was ich anspressen möchte, ich habe ein neues Thumbnail-Design, wie ihr jetzt hier vielleicht auch seht. Vielleicht haben sie ein oder andere auch im Vorhinein gesehen. Ähm, ich schaue das mal ein Thumbnails bisschen mehr, also da ein zu langes, besseres Design reinbringe, in den ganzen Spars, ähm, ich sag doch jetzt mal Arbeit drin. Also vom Laut her bin ich halt ein bisschen anders gegangen. Eher so groß die paar Zahlen und dann halt paar Charaktere, die mit ein paar zu tun haben, noch irgendwie da reinstumpten. Also da bin ich gerade doch ein bisschen beim Rumspielen. Und bei Live-Let's Plays ist ja klar, da sieht man nicht unbedingt vorher, was passiert deshalb. Aber die sind auch alle, wie ich das bin ich gerade? Sind auch alle Projekte, die ich live mache, sind wirklich auch mit so einem, ähm, Formark markiert, dass diese eben live sind. Also, dass hier das Livestream oder live oder sowas dabei in der Ecke, live ist glaube es. Dann wirst ihr vom Thumbnail her, das ist ein Livestream. Da sind die Thumbnails dann dementsprechend ein bisschen anders. Genau, das ist eben das erste Thema. Und der hat einen Stern und kommt mir gefährlich. Ich sage, hallo. Und natürlich haben wir es den genauersten Items. Das ist das erste, was ich sagen wollte. Ich habe eben neuer Thumbnails. Ist wie gesagt ein oder andere vielleicht auch ein aufgefallen. Ähm. Genau, das war die erste News. Ich werde sie rumcuten, also wir sehen uns jetzt noch einen Cut wieder. Wenn die nächste Runde beginnt, bis gleich. So, ein weiteres Thema, was ich auch noch in dieser Sternle-News anspressen wollte. Sind. Oder was ist jetzt nächster, weil ich den Jawa aufbröseln möchte. Das ist das Thema aktuelle Let's Play-Projekte. Ähm. Was ich mir dazu gedacht habe. Weil ich habe mal so ein Statement gemacht an Silvester-Talk, wo ich ganz klar gesagt habe, Ja. Ich habe zwar mit Schule viel am Hut und das ist immer noch Stunt. Muss sehr viel lernen. Will aber trotzdem irgendwie auch noch das mit YouTube über einen Tellerrand bekommen. Und zwar, das ist da einigermaßen was abliefer. Mit Livestreams und normalen Parts und so weiter und so fort. Habe jetzt nach wie vor vor. Es kommen nach wie vor eben Livestreams fast täglich abends. Und dann noch so Let's Play-Projekte als Parts. Jetzt neu mit Tomodazzi live. Aber es macht das ganze nicht mehr alleine. Sondern ihr habt es bei Anthem zum Beispiel seht ihr das. Oder bei Rest in IW2. Äh. Habe einen Kollegen, der müssen sagen wollen. Der kennt ja auch so einen Punkt auf den Wald. Der ist relativ länger auf dem Kanal. Jetzt hat er auch wirklich seine Content. Eigene Slay-Projekte. Er hat ein eigenes Mikrofon. Also ein eigenes Aufnahmestudio bei sich. Sozusagen zu Hause. Was ich eigentlich gestert habe. Ähm. Wo er dann quasi für Game Accounts. Im Auftrag von Game Accounts. Im Auftrag von mir. Videos für den YouTube-Sendal aufnimmt. Hier. Damit ich nicht alles allein machen muss. Ähm. Hat Vorteile. Ganz klar. So jetzt ich nicht das Alleinunterhalter. Der alle alles aufnimmt. Sondern wir teilen es quasi ein bisschen durch die Aufnahmen. Ähm. Kommen vielleicht in Zukunft auch noch andere Member dazu. Die Videos hochladen. Weil ich wollte Game Accounts ursprünglich auch als so Gruppe machen. Äh. Dass ich nicht der Alleinunterhalter bin. Der alles plays macht. Sondern. Weil man sagt das von Game Accounts. Auf einer Couch. Kann mehrere Leute Platz nehmen. Ähm. Sollte eigentlich das ursprünglich auch so sein. Das ist einfach ein Gaming-Sendal wird. Wo mehrere Leute draufsocken. Halt auch von meinen Bekannten. Ähm. Ganz vereinfacht gesagt. Ja. Bin jetzt wie gesagt noch bisschen weit am Ausbauen. Das muss man jetzt bis heute wissen. Wie gesagt. Ähm. Lamuil macht auch Videos. Derzeit. Xbox Content. Ich bin für Nintendo. Er eher für Xbox. Kann man natürlich nicht pausalisieren. Aber so in etwa. Habe ich erst gedacht. Weil er macht den Rest in E-Mail und Allentherm. Ist bei den ganzen Tano Projekte. Muss mal schauen was da hingehen die Zukunft noch bringt. Ähm. Muss hauen. Weil ich will wieder wirklich Parts und alles regular bringen. Muss aber irgendwie schauen das mit Schule vereinbaren kann. Weil da muss mich deshalb wirklich reinhängen. Weil das zweite Halbjahrt frisst gestartet. Da muss definitiv nochmal viel viel mehr Gas geben. Im ersten Halbjahr und neunter Klasse am Gnasium Bayern. Man kann so viel drum herum reden wie man will. Ist einfach das heißt es wäre. Ähm. Und nicht jedermanns Sache. Deshalb ja. Schule geht vor. Relive geht vor. Ich probiere. Wie gesagt. Das Beste draußen machen. Aber ich kann. Stand jetzt. Die Ente festpressen. Hoffe aber auch. Dass jetzt wieder. Mal Videos kommen. Soweit dazu. Und ein Thema habe ich noch. Das Video wird hier erst nicht groß. Die Sattelius Part 1. Weil es wirklich ein paar Themen nennen wollte. Und das erklären wollte. Und in der nächsten Runde geht es weiter im Schleiß. Die nächste Runde. Und so weit. Nach ein. Wichtiges. Brandaktuelles Thema. Was es anzupressen will. Wir haben seit dem Super Smash Pro Szenier. Was er am dritten dritten war. Am zweiten dritten war. Und wieder eine relativ große Haterhelle. An Leuten die. In Livestreams. Und auch in Kommentaren. Eine Nummer rein posten. Bitte Leute. Ruft diese Nummer nicht an. Es ist. Ihr werdet zu irgend. Das ist irgendwie so eine Pay Nummer. Wo man dann 2 Euro verliert. Und mal anruft. Macht das nicht. Das soweit. Zumal. Als Nerv Faktor. Die Kommentare können wir ausblenden. Soweit. Nicht so slim. So. Nur die. Du diese Leute. Erst dann ist zum Jahr 1000 weitere Accounts. Also ich weiß von mindestens 7 Accounts. Die diese Hater besitzen. Mit denen die mich dann anschreiben. Und das bleibt halt dann nicht so bei denen. Dass die dann Nummer rein senden. In die Kommentare. Oder ein Livestreamset. Sondern wir tun auch noch die Videos. Dislike boten. Beziehungsweise mit deren Fake Accounts. Disliken. Erfolgreiches. So hat zum Beispiel. In zwei Turnier. Neun Likes. Aber auch neun Dislikes. Und nach dem Turnier. Hatte das gerade mal ein Dislike. Dislike. Das heißt. Acht von denen. Waren gebottet. Und. Das ist. Klar. So sind diese. Dislike Dinger nicht. Nicht vorgesehen. Aber es ist halt trotzdem. Dann irgendwo kein Feedback mehr. Weil die Dislike Buttons waren da. Um Feedback zu geben. Aber wenn man anfängt hier. Seinen ganzen Account zu Disliken. Dann ist das kein Feedback mehr. Irgendwo. Sondern einfach nur gezielte Eliminierung. Oder gezielte ähm. Ja. Gezielte Disliken. Gezielte. Ja. Es ist auf jeden Fall definitiv. Nix. Was irgendwie. An Feedback. Grenzen würde. Deshalb nicht wundern. Weshalb meine Videos. Mal wieder ne Dislike Quelle sind. Das passiert manchmal. Mal kommt irgendein Hater. Dann ist ne Dislike Quelle. Aber das versündet auch wieder. Aber deshalb ist wieder so ne Dislike Quelle. Ich erzähle es. Wenn Leute auf meinen Channel kommen. Dann sehen die gleich. Uh. Hier irgendwie neun Likes. Aber auch neun Dislikes. Dann ist das vielleicht nicht ganz so das geile. Oder halt bei normalen Volumen. Vier Likes. Und drei Dislikes. Und sowas denken. Ja. War fast der öfter Dislikes. Ich vielleicht doch nicht so durfte ähm. Thomas lieber nicht an. Mal. Also es ist halt. Es ist. Ja genau. Hier. Es ist. Es ist. Und ich kann dagegen. Aber halt auch nicht viel tun. Das ist das blöde. Ich kann diese Hater. Nicht wirklich weg. Gerade die Kommentare. Kann ich ausblenden. Aber mehr halt nicht. Und das ist dann halt. Ja genau. Digga. Ich weiß es weiter. Weil nämlich ich komplett verarsen. Und das ist halt so ein. Besissen. Und einfach blöd. Aber deshalb bitte nicht wundern. Mit der Haterwelle. Und wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder. Dann werde ich das Thema noch kurz aufgreifen. In der letzten Runde. Für diesen. Send Your News Part. Wir hatten ja. In der letzten Runde. Darüber gesprochen. Dass es deshalb. Einen Disliked Bot habt. Der eben. In den Kommentaren. Es heißt. Bot. Einen Typ. Einen Hater. Einen Hater. Der disliked. Und so Fake. Likes. Dislikes gibt. Aber eben auch. Nur mal. In die Kommentare schreibt. Die bitte nicht anrufen soll. Nochmal. Dringender Appell. Ruft diese Nummer nicht an. Ihr werdet. Geld verlieren. Sobald ich. die Nummern sehen. In den Kommentaren. Wo bierst du. Ausflug. Blenden. Aber nochmal. Ich bin auch nur Mensch. Ich kann Nummern übersehen. Also bitte. Einfach nicht anrufen. Macht es gerne gar nicht. Wenn ihr irgendwo im Internet. Fremde Nummern seht. Und die aufgefordert werden. Anzurufen. Wenn ihr ihn nicht kennt. Ruft nicht an. Oder googelt erstmal. Die meisten Nummern. Die sollte Geld fallen. Sind. Google auch bekannt. Und man. Findet bei einer. Google Suche heraus. Was das für Nummern sind. Und was da. Für die Typen der Ethers denken. Einfach da bitte. In dieser ein bisschen. Vorstieg sein. Weil ich hab das. Selbst mal nicht beachtet. Und dann bin ich. Ein bisschen. Auf die Hose gefallen. Naja. Das eben. Nachmaß. Diese Hater Sache. Einfach. Ich muss erstmal schauen. Ob man dagegen. Irgendwas tun kann. Aber. Man kann dagegen. Leider nicht wirklich vorgehen. Und deshalb. Muss man es so hinnehmen. Wie es ist. Aber Hater. Das sind arme Swallen. Die kein Leben haben. Deshalb. Einfach. Einfach nicht beachten. Die sind selbst oft an Neidisch. Weil man. So viel. Ich weiß nicht. Weshalb man auf mich Neidisch an sollte. Ist ich mir selbst ein Rätsel. Aber Hater sind das hoffentlich das. Und das einfach. Einfach nicht hinnehmen. Einfach gesagt. Einfach ausblenden. Nicht beachten. Und dann haben die. Das Gegenteil von dem. Was sie wollten. Die wollen damit. Aufmerksamkeit. Und es haben das genau. Gegenteil. Und dann. Geben die auch seine Ruhe. Und sind weg. So. Zumindest. Meine Erfahrung. Bis jetzt. Oder bisher. Von diesen Hatern. So. Hier trifft mich gleich irgendwas. Habe ich das Gefühl. Es ist kritisch. Ja. Gefühl war richtig. Ja. Das waren sofort eigentlich alle Themen. Die ich in dem Park. noch ein bisschen anspressen wollte. Wie gesagt. War noch nicht so krass viel. Aber in zwei Wochen. Kommt er wieder. Anzeichen des Parts. Da gibt es wieder mehr Themen. War es auch nur die erste Folge. Wo es das Format prima. Mal ein bisschen vorstellen. Wollte. Bevor es jetzt mit der Haustür. In die. Türstampfen. Die jetzt sagt man. Das sagt man so. Äh. Keine Ahnung mehr sagt. Bevor es mit der. Mit dem Fuß in die Türstampfe. Irgendwie so. Keine Ahnung. Ähm. Sollte das so weit gewesen sein. Einfach nur mal. Dass sie jetzt im Plan hat. Was das für ein Projekt ist. Mit denen ich aus Zukunft. Konfrontieren werde. Alles der Wochen. Wo es eben sagt. Was in den letzten Wochen. Passiert ist. Und eben ab nächste Woche. Auch die Channel Analytics. Bringen werde. Oder ab übernächste Woche. Besser gesagt. Das war es mit dem Part. Von meinen. Channel News. Hoffentlich hat es gefallen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. never mind gonna go. In dann bo causes팀 people. boo boo boo. Bis zum nächsten Mal.